Und wenn wir die Nate? Von mir, von mir, von mir. Ich versuche hier auf der Nacht zu gehen. Okay jetzt habe ich ihn. Einer kommt vom Berg runter. Er hat schon einen noch bekommen. Er ist hinten bei den Containern. Es müssen, also wie viel waren das? Drei oder vier? Ich weiß gerade nicht. Ich weiß nicht. Okay, einer rennt schon hier raus aus einem Haus. Dann habe ich mal gekillt. Zwei Leute links von mir. Ich sehe, einer rennt über die Straße ein. Hat einen Hit, der über die Straße gerannt ist? Der Straße ist ausgelockt. Noch einer ausgelockt. Wir fahren jetzt. Oh ja, die fahren, die fahren. Das sind zwei Fahrzeuge. Drei sogar, oder? Drei. Ah, was da abgeht. Noch nicht schießen. Nein, 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 nein. Was machst du? Lass dich näher kommen. Das qualmt, das qualmt, das qualmt. Das qualmt. Das qualmt, das qualmt. Okay, jetzt können wir, jetzt können wir. Da sind zwei Leute ausgestiegen. Ja, wir hätten warten sollen, Leute. Wir hätten einfach warten sollen. Da ist aber außerhalb der Zone. Kommt nachher, kommt nachher. Ja. Das sind, glaube ich, die anderen. Die pushen nach links rüber. Ja, die pushen, die laufen nach links in der Zone, laufen die lang. Ja. Ja. Am Hit. Wo lauft? Ah, da hinten. Down einer. Der andere läuft hinten bei dem. Auch down. Kommt noch ein Auto. Ja, kommt noch ein Auto. Wir werden beschossen von denen. Du wirst beschossen? Ja. Ja. Ja, links unten bei den, da ist das andere angehalten. Von der, das ist eine K oder eine M24. Ja, ich sehe ihn. Keine Ahnung wo. Ja, ich sehe ihn. Oder? Ne, ich habe einen feiner Kipp. Der ist hinter dem Zaun, der braune Zaun da. Ganz hinten? Ne, direkt close hier. Wo das Auto steht. Falls einer eine Nade hinwerfen kann, am Harry Potter Baum, der hier hinten ist. Oh, der scheiß, das war eine Smoke. Der rennt nach hinten weg. Ne, doch nicht. Der rennt zum Auto. Ne. Der ist weg. Der fährt. Falls ihr den noch irgendwie abballern könnt oder so. Das Auto raucht. Also, wir könnten drauf schießen. Ja, dann ballert weiter. Der bleibt stehen, der bleibt stehen. Der ist ausgeschieden, der ist am Baum. Der ist am Baum da. Er ist links, er ist nach links gelaufen. Er ist nach links gelaufen. Ja, er rennt, er rennt. Der ist hinter der Ridge. Was für ein Greed meinst du, Torsten? Das ist einfach, meinst du jetzt wegen den Kids oder wegen dem Loot? Oh, ich werde abgeschossen. Ja, das ist gut. Wieso schießt er auf mich? Ja. Ich sehe ihn nicht genau. Ist er hinter dem Auto oder was? Ist auf jeden Fall nur auf mich abgelenkt gerade. Ne, ich. Ah, das sind auch seine Dudes. Das sind auch seine Dudes. Am Auto. Einer am Auto und einer hinter dem vorderen Auto. Schießt auf den Reifen, wenn es geht. Ne, der fährt. Nichts macht er. Nice, 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 nice. Links ist auch noch einer. 255. Auf dem Berg habe ich glaube ich gerade was gesehen. Oder so. Das Auto rollt oder fährt das? Ne, da ist noch einer an der Leiche, wo wir den gerade gekillt haben. Oder ausgenockt haben. Der ist da lang gelaufen. Ein Typ. Der ist immer noch hinter dem Baum, oder? Ja, ist er. Da hinter. Er ist er. Habe ihn. Ist down. Jetzt fehlt nur noch der im Haus. Nur noch 6 Schuss. Ich habe nur noch 30 in der SCAR drin. Ich würde den anderen jetzt gerne looten gehen. Ja, mach ruhig. Aber pass auf den Typen, der hier noch in dem Haus ist. Keine Ahnung, ob der noch. Irgendwie. Ja. Drin bleibt. Was der jetzt macht. Auto. Schöne Auto. Richtung. Süden. Ja, ist noch drin. Ist noch. Okay, der im Haus ist tot. Alle tot. Wo gehen wir hin? In die Zone. Das ist relativ offen hier. Werden abgeschossen. Oben, oben vom Turm. Turm. Dieser große Turm da. Da sind die dran. Wir müssen trotzdem erstmal Deckung finden. Ja, Deckung finden und langsam reinlaufen. Ich versuche die weg zu snipen, wenn es geht. Einer hat einen Dreierhemd von denen, aber schon Headshot passiert. Die sind alle low. Die sind alle low. Die müssen sich gerade heilen. Ja, dann lass sie in die Zone. Ja. Wollen wir die pushen oder was? Müssen wir. Müssen wir. Müssen wir halt echt. Shit man. Oh, da gibt es einen Drop direkt neben uns. Wird Probleme kriegen. Mit der Zone. Ja, ich werde abgeschossen. Ja, er schießt schalldämpft. Und? Und? Schießt einer irgendwo. Müssen rechts. Es schießen auch andere auch auf uns. Müssen wir aufpassen. Der guckt jetzt. Der piekt, der piekt, der piekt. Leute, der piekt. Ich habe noch nicht einen gesehen. Ich habe mich gerade alle geworfen. Vorsicht. Es sind drei Leute insgesamt. Ich sehe sie nicht. Die sind genau hinter dem Turm. Oh lol, hier sind sie. Einer ist noch bei den Steinen hier links von mir. Ich bin nicht abschossen. Hab zwei ausgenockt. Jawoll. Sehr gut. Ich sehe die Leute in Süden. An der kleinen Hütte. Tod. Süden kleine Hütte. Süden kleine Hütte. Zwei Leute. Einer hat einen Headshot kassiert. Anscheinend oder auch nicht. Einer ausgenockt. Hütte. Süden. Falls einer mich supporten kann. Süden kleine Hütte. Ja. Jawohl. Die haben einen Vierfall. Ich brauche Hilfe. Vielleicht gehe ich gleich down jetzt gleich. In dem Haus noch. Weißes Haus. An so einem geschrotteten Auto. Weißes Haus. Steht der Typ. Und diese kleine Hütte. Da ist einer ausgenockt. Süden. Ich sehe keinen. Mitten auf dem Feld ist ein kleines Haus. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der ist noch an dem Haus dran. Und eben. Bei dem weißen Haus. An so einem zerschrotteten Auto. Einer läuft. Einer läuft. Einer läuft. Bei zwei laufen. Ja. Sehe ich. Einer hat einen Hit. Nice. Einer läuft weiter links. Ja. Wir müssen auch. Wir müssen trotzdem rein eigentlich. Sind parallel mit uns rein. gelaufen. Wir kommen. Ja. Lass das mal hoch auf den Berg. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Oben. Oben an dem Stein. 2.15. Jo. Jo. Ah fuck. Die müssen auch pushen oder? Shit man. Hier sind zu viele. Wir müssen den Stein hier pushen. Leute. Den Stein bitte pushen. Ausgenockt am Stein. Wie viel sind dahinter gewesen? Ich habe nur einen gesehen. Okay. Ich habe nur einen gesehen. Einer ist ein 2. Das ist ein 2. Der andere ist auch dahinter. Ich sehe ihn. Ist einer? Ist einer? Ist einer. Ich glaube es ist einer. Ich werde nicht abgeschossen. Von hinten. Irgendwo von 65 oder so. Nordosten irgendwo. Nordosten irgendwo. Ich glaube ich sehe ihn. Er liegt da. Er liegt. Ich muss sich trotzdem erstmal heilen. Er liegt hinter der Palme. Ja. Ich habe ihn gesehen. Genau. 55 von mir aus. Wir brauchen einen Achter von euch. Ich würde eins nehmen. Ich habe nur einen Vierer. Ich würde eins nehmen. Okay. Okay. Ich kümmer mich um deinen Achter. Also ich bring dir gleich das Achter. Achso. Okay. Wir haben 45 Sekunden. Ich muss mich kurz. Also da hinten bei 55 ist noch einer. Der liegt da die ganze Zeit. Ja. Da ist einer an der Palme dran. Der hat einen SKS. Bei einem Mini. Na ja. Ich sehe den. Ich sehe den. Einer hockt da. Der hockt einfach mitten auf dem Field. Ich sehe. Ich treffe den nicht. Bin ich blöd. Oh shit man. Er hat Headshot. Er hat Headshot. Hier. Dark. Hier. Achter getroppt. Wir müssen langsam. Unten läuft auch einer. Er läuft zu ihm zurück. Oh ja. Funnel. Er ist tot. Ich habe ihn gefinisht. Ne. Der ist immer noch an dem Baum. Er piekt. Er piekt am Baum. Er piekt am Baum. Der unten der Baum? Ja. Da ist so ein Harry Potter Baum. Seht ihr den? Ja genau. Der läuft. Der läuft. Rechts vor uns sind noch Leute. Ich habe leider keine Granaten mehr. Oh Gott. Das sind zwei. Rechts am Werk. Ich treffe den leider nicht Leute. Tut mir leid. Wo ist denn der? Der ist hier unten gleich. Klaus. 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 Sehr gut. Rechts vom Berg sind noch zwei Leute. Die sind ziemlich auf dem Field gewesen. Oh verdammt. Ich bin nicht in der Zone. Rechts von unserer Seite. Oder was? Ja rechts steht einer. Rechts. Einer hat einen Hit hier rechts. Hier ist ein Buggy. Hier ist ein Buggy. Da sind welche. Ah ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ach mann. Er drückt sich in dem Moment. Er ist tot. Nice. Der andere ist ein Baum an der Palme. Ah. Ah nein. Fuck. Der hat einen ABM. Andere gegenüber. Gegenüber Leute. Ich versuche kurz zu reviven. Aber wir werden. Aber wir werden. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Andere Seite. Ja ja. Kümmer ich mich drum. Kümmert ihr euch um die anderen. Ja. Ja lenkt die mal bitte ein bisschen. Ja. Ja. Okay die sind tot. Tot. Jetzt. Was mit den Leuten dahinten. Ja. Kannst du auf die aufpassen. Süden. Süden. Sind. Ziemlich bei dir. Südwesten. Liegt. Ist einer mit der ABM. Die letzten. Sind glaube ich die letzten. Ja warte. Ich. Muss mich erstmal. Ich habe keinen Helm mehr. Wir haben die richtig eingekesselt. Ne Leute. Wir haben die richtig gut in der Mangel jetzt gerade. Die müssen zu uns. Die sind richtig am Arsch. Ja. Die chillen Arno. Ich habe leider keine Granaten. Rechte Seite pusht einer. Ohne Helm. Also zur Not einfach die. Okay. Einer ist ausgenockt. Sind noch zwei dann. Oder? Zwei. Pusht noch rechts weiter. Ja einer. Hat auch keinen Helm. Auch keinen Helm. Schieß einfach mit AR. Ich kann sie sehen. Dann nade. 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 Einer ist tot. Da ist noch. Einer links. Links auch noch. Ich habe nur eine nade. Oh jawoll. Wuuu. Richtig gut. Oh mein Gott. Und hat. Und hat. Und hat. Und hat. Und hat.